Das Meer im Wenigen, das bedeutet für mich die leere Fläche. Das leere Blatt Papier wird erst durch die Linie zum Raum und durch ganz wenige Sachen entsteht erst dann eine gewisse Spannung. Und bis ich da hingekommen bin, das dauerte etliche Jahre. Ich habe zuerst mit Meer begonnen und über die Jahre wurde das immer weniger. Und diese wenigen Linien können für Begebenheiten, für Gefühle, für Menschen, für einen Lebensweg stehen. Und das ist so meine Intention. Mit der Ausstellung Das Meer im Wenigen haben wir mit zwei hervorragenden Künstlern eine Ausstellung organisiert, die oftmals die Einfachheit, die vermeintliche Einfachheit darstellen. Und wir stellen tatsächlich fest, dass manchmal weniger einfach mehr ist. Für mich ist die Ausstellung ganz besonders, weil beide Künstler trotz ihrer Reduziertheit ganz viel Aussagen und ganz viel Gefühl rüberbringen. Und das natürlich hier in den wunderschönen Räumen in Schloss Neuburg super passt, weil eben die großen Räume viel Platz bieten und doch das Wenige das so toll ausfüllt. Vor der Gründe könnte man meinen, viel ist viel. Aber das Eigentliche ist die Essenz. Und die Essenz immer mehr einzukochen, immer mehr zu komprimieren, immer mehr auf das Wesentliche zu verdichten. Das ist das, was die Arbeit nachher ausmachen soll. Das Essentielle an meiner Arbeit ist eben, dass ich mit dem Material eng zusammenarbeite, dass ich mit dem Material freundschaftlich umgehe und dass ich immer versuche, mit dem Material einen Dialog herzustellen. Wenn mir das gelingt, dann ist das Material mein Freund und dann schenkt es mir aus einer Natürlichkeit heraus Formen, die ich selber nie schaffen könnte. Diese Bilder inspirieren, die Skulpturen inspirieren, nachzudenken, sich treiben zu lassen. Und es ist wirklich äußerst gelungen. Und es zeigt sich auch hier drinnen, dass unsere Landkreisgalerie hier bestens geeignet ist. Und es zeigt sich auch hier drinnen, dass unsere Landkreisgalerie hier bestens geeignet ist.